Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Wir haben wieder mal die Foot Champions Belohnungen bekommen. Ich habe mir das Geld schon mal abgeholt, weil ich es gebraucht habe. Ich habe mir nämlich neue Spieler gekauft aus dem aktuellen Team of the Week. Welche Spieler werdet ihr sehen? Nur so viel dazu. Ich habe insgesamt ungefähr 450 bis 500.000 Coins ausgegeben. Von daher, let it rain baby. Wir werden uns dann die Spieler, wie gesagt, gleich anschauen. Aber vorher natürlich wieder ein schönes Pack Opening. Ich hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen guten Spieler ziehe, damit ich einfach diese Coins, die ich ausgegeben habe, vielleicht nicht komplett reinbekommen, aber ein bisschen Verlusterstattung bitte. Vielleicht mal wieder eine Inform oder ein krasser normaler Spieler, also das heißt normaler, ein krasser, seltener Goldspieler natürlich. Das ist, glaube ich, nicht krass. Kuli Bali, der ist nicht schlecht für einen 83er-Inverteidiger. Coole Werte, aber da ist halt nichts wert. Auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich, 3,4, 4, was, was, 3.000, okay, interessant. Dann kommen wir für 2,9 los, okay, also das ist noch so viel wert, das hätte ich nicht gedacht, das ist krass. Ja, also gerade in so einem kleinen Pack bin ich auf jeden Fall zufrieden damit, wenn wir da einen Spieler haben, der fast 3.000 wert ist. Der ist aber nichts mehr wert, weil den hatte ich doch schon mal im Verein, oder? 1,8, 1,9, 1,5, halt, 1.000. Ja, aber für 1.000 bekommen wir ihn vielleicht noch los, das würde mir dann reichen. Gut, die nicht seltenen Spieler werde ich mal alle auf die Transferliste packen und dann entsprechend nachschauen. Den Silberland schauen wir noch nach. Es gibt ihn nicht! Okay, wenn es ihn nicht gibt, dann biete ich ihn mal für 10.000 an. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass es geklappt hat. Das wäre natürlich ultra krass, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorteilen. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, ich habe, glaube ich, schon 2 für 3, äh, für 10.000 verkauft und ich glaube noch mal 1, 2 für irgendwas 7.000 aufwärts. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Und er hat die für 800 drin, dann stellen wir ihn mal für... Hallo? 700 rein. Nächste Pack, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Ich will, dass es mindestens noch mal genauso gut ist, wie ich das gerade eben. Das war ja nicht schlecht, glaube ich. Keine Inform und ZOM. 79er als bester, ach du Gott, Lanzini, ey, oh mein Gott. 79er als bester, ach du Gott. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, ich habe noch einen seltenen Silberspieler, der mehr wert ist. 800, den können wir also vergessen. Ne, wir haben keinen seltenen Silberspieler. Sehr geil, 3 seltene Goldspieler, die nichts wert sein werden. 700. Eieieieiei, eieieiei, eieieiei. Sehr geil. Schöner Board bei Lettly. Die guckt man trotzdem mal nach, manchmal hat man ja auch Glück. Und die nicht seltenen Silberspieler sind was wert. 550. Stellen wir ihn für 500 drauf. Ja, nicht 5.000. Und, oh yeah. 450. Ich stelle ihn auch für 500 drauf, scheiß drauf. Ich stelle ihn eigentlich immer dann für 500 drauf, die nicht seltenen Silberspieler. Und manchmal gehen sie irgendwann weg, manchmal auch nicht. So, den müssen wir verkaufen. Oh, es gibt wahrscheinlich gerade eine Squad-Building-Challenge in der spanischen Liga. Deswegen ist das so viel wert. Gut zu wissen. Dann sollte ich den anderen aus dem Verein auch noch verkaufen. 1.7. 1.5. 1.000. Naja, was soll es? Selbst 900 ist ein guter Preis. Für einen nicht seltenen Goldspieler, der eigentlich nicht gespielt wird. Weil, den spielt niemand für 58 Tempo. Der wird nur gebraucht für irgendeine Squad-Building-Challenge. So, jetzt aber. Jetzt gilt's. Komm schon, Baby. Gebt mir was Geiles. Come on, Baby. Come on. Come on. Los. Schnell, schnell. Was Geiles. Oh, krass. Oh, krass. Ein blauer Spieler. Aber nur ein 82er Small-Off. Aber ist egal. Immerhin. Geil. Man of the Match. Man of the Match-Karte. Aber die wird nichts wert sein. Oh, scheiße, Mann. Warum gibt's denn keine andere? Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Die wird nichts wert sein, aber wir schauen mal. Die ist mindestens 10.000 wert. Das ist schon mal geil. 15.5. Man of the Match-Karte. Wie geil ist das denn? Wir haben noch nie eine Man of the Match-Karte gezogen. 15.5. Also immer für 15. Ah, 14.500. Okay. Ich habe ja gesagt, die ist mindestens 10.000 wert. Ich freue mich natürlich trotzdem. Okay, dann stellen wir uns die für 14.000 rein. Ich meine, 14.000 Coins. Und es ist irgendwie auch ein geiles Gefühl, dass man halt eine Man of the Match-Karte hatte. Es wäre halt geiler gewesen, wenn es eine andere Man of the Match-Karte gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Sehr geil. So, da haben wir doch schon mal ein paar Coins bekommen wir also wirklich wieder. Also, meine Gebete haben sich quasi nicht ganz erfüllt, aber zum Teil. 1.1. 1.000. Okay, für 1.000 bekommen wir ihn vielleicht los. Sehr schön. Unsere erste Man of the Match-Karte. Ich habe natürlich im allerersten Moment gedacht, dass es etwas noch krasseres ist, aber ich freue mich trotzdem. Oh, 1.4, 1.2, ah, 1.000. Ah, vielleicht bekommen wir ihn bei 1.000 los. Irgendwas haben wir auf jeden Fall schon verkauft bekommen. Wir haben jetzt 17.000 Coins, woher hat man nur... Ach ja, den einen Spieler, den wir für 2.9 reingestellt haben, der ist verkauft worden. Der... Innenverteidiger. Bastos. Echt ein ziemlich solider 76er. 75 Tempo. 78 Defense. Okay, Physis könnte ein bisschen besser sein, aber... Da war am Anfang bestimmt mal ein bisschen was wert. Der wird gar nichts wert sein, ich wusste es. So, die normalen packen wir einfach wieder auf die Liste. Silber wird noch nachgeschaut. 200, das ist echt gar nichts wert. Verträge behalten wir. Ich überlege gerade, ob ich die Fitnesskarten jetzt auch einfach behalte, aufgrund der Tatsache, dass ja jetzt die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich die dann wieder irgendwann brauche, in irgendeiner Weekend League, wo ich nur mit einer Mannschaft spiele. Ja, ich glaube, ich werde die einfach behalten. Knie, kriegen wir eh nicht wirklich los. Dribbling, wir auch nicht los. Alter, wieso habe ich denn jedes Mal diese RV-zu-RAV-Karte drin? Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Folge, ohne Scheiß. Die Wahrscheinlichkeiten der LV-zu-RAV wird doch genauso hoch sein. Ich habe jetzt dreimal in Folge mindestens, und ich glaube, insgesamt schon 4-5 Mal, diese RV-zu-RAV, die kauft halt niemal. Ich stoße die jetzt einfach direkt ab. Gibt nur 63 Coins, aber ich brauche die nicht im Verein, die bringt mir nichts. LM-zu-LF brauche ich auch nicht, wenn dann umgedreht. 1-3, ja, die ist ein bisschen was wert. Die ist mehr als umgedreht, LF-zu-LM ist nicht so viel wert. 1-3, ich glaube, für 1-2 bekommen wir sie los. Ah ja, das Problem ist natürlich, ich habe jetzt keine Kohle, mir Lackerset nochmal zu kaufen und ihn zu testen. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass da jetzt noch funktioniert. Oh, ein Gold-Set, wie geil ist das denn? Das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, oder? Ähm. Das ist aber, glaube ich, ein normales Set, also wo nur eine einzige seltene Karte drin ist. Da wird eh noch Spott drin sein, aber egal. Ähm. Ja, alle zum Verein, bitte. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, genau, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Lackerset besser ist als Second-In vom Falcao. Ich denke, was heißt ich denke, Falcao war von allen Stürmern, die wir jetzt zuletzt getestet haben, von den Scorer-Punkten, die er gemacht hat, der Beste. Mit Abstand war der Beste Spieler. Sogar besser als Lewandowski, besser als Stindl, wobei Stindl macht sich gerade. Aber ansonsten besser als alle anderen und das ist nicht umsonst so. Ich glaube nicht, dass Lackerset noch besser ist, das wäre merkwürdig. Lackerset hat einfach zu unserem alten Spielstil sehr gut gepasst, hat er gut funktioniert. Ich glaube, bei dem jetzigen Spielstil ist halt, ähm. Wahrscheinlich Sekten vom Falcao besser. Aber wenn ich die Kohle habe, dann werde ich natürlich Lackerset noch mal testen, weil man weiß ja nie. Vielleicht ist er weiter in das Mutterkind. So, natürlich ist die eigene einzige seltene Karre ein Trikot. Das ist schon mal sehr geil. 250, der ist auch gar nichts wert, ha? Verträge nehmen wir mit, außer den Manager-Vertrag, weil den brauchen wir eh nicht. Guardian, Tripling und Defense. Ich glaube, das habe ich noch nie verwendet und werde es wahrscheinlich auch nie, weil ich nicht wüsste, in welcher Situation ich bei irgendeinem Spieler Tripling und Defense... Also, vielleicht mal bei einem Sechser, also quasi ein ZDM, der schon super schnell ist, einen super geilen Pass hat, einen anständigen Schuss hat, einen geilen Füßes hat, der aber halt noch Defense und Tripling fehlt. Also, das wird einfach nie passieren. Aber es wird auch nichts wert sein, die Karte. Es war so klar, deswegen behalte ich sie dann einfach, weil für 200 war zu. Ja, das einzige seltene ist dieses Spanien Trikot, toll. Egal, egal, es war nicht schlecht, es war doch nicht schlecht, was wir da in den Packs hatten. Also, wir können uns echt nicht beschweren, gerade durch diesen Team-of-the-Group-State-Spieler. Klar, ist da jetzt nicht der geilste gewesen und es geht auf jeden Fall besser, aber... Wie gesagt, man kann sie nicht beschweren, es geht auch deutlich schlechter. So, wir brauchen mal jetzt noch... Wie viele Punkte brauchen wir noch? Zwei? Wir haben noch vier Spieler, wir brauchen noch... Nein, wir brauchen... Das gibt's gar nicht. Wir haben sechs Spiele in Folge gewonnen und brauchen echt noch drei... Nee, Moment. Noch fünf Punkte, also wir brauchen noch ein Sieg und... Also entweder zwei Siege oder... Ein Sieg und zwei Unentschieden. Braucht man echt acht Siege für den Titel? Ich dachte, es wäre weniger. Das habe ich auf den falschen Lauf gedrückt. Das ist echt krass. Das ist so krass. Und da habe ich echt schon so auf den Titel gewonnen. Und auch schon ohne, dass ich sie geschenkt bekommen habe. Das möchte ich nochmal anmerken. So. Legua 1, meine Freunde. Was kommt hier dazu? Zwei richtig, richtig krasse Spieler. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich habe drei neue Spieler gekauft. Aber es... Zwei, auf die freue ich mich besonders. Also es wird auch noch ein Vierter dazukommen aus dem jetzigen Team of the Week. Aber der ist nicht so wichtig. Aber auf zwei neue Spieler freue ich mich ganz besonders. Das ist einmal... Ich bin zufrieden mit Wiener, aber wir testen den neuen Spieler. Und zwar... Die Pay. Und er hatte schon mal eine Inform, als er noch bei Manchester gespielt hat. Deswegen ist das jetzt schon die Second Inform. Und guckt euch diese brutalen Werte an. 94 Tempo, 88 Dribbling, 87 Schuss, 80 Pass und 83 Füßes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist absolut krank, diese Werte. Das Einzige, was mir an ihm nicht so gut gefällt, ist sein Aussehen. Nee, Quatsch. Ist sein... Ähm... Fuß. Er hat zwar einen rechten, aber er hat einen schwachen linken mit nur zwei Sternen. Und wenn ich über außen reinziehe und dann in die Mitte passe, nimmt er halt meistens den linken. Deswegen... Mhhh... Das ist nicht ganz so angenehm. Wir werden aber mit einem Chemistry Style vor allem seinen Pass boosten. Was das dann hoffentlich ein bisschen ausgleichen kann. Hat auch geile Arbeitsraten, vor allem halt offensiv. Ja, er war auch recht teuer, 155.000, aber ist glaube ich bei dem Tempo und bei den Werten absolut verständlich. Er hatte schon ein geiles Dribbling, er hatte schon einen geilen Pass. Er hat einen geilen Schuss und er reicht absolut aus von meinen Verhältnissen, was ich mit LMs und RMs mache. Und weil er halt auch so schnell ist möchte, ich weiß gar nicht, ob ich den Chemistry Style habe, aber ich möchte in dem Chemistry Style nicht Architekt, nicht Pass und Physis, wobei das würde auch gehen. Haaa... Und wenn man ihm Pass und Dribbling boostet, wird vor allem halt der Passwert, der lange Pass um 15 Punkte geboostet. Das verhalte ich halt. Deswegen, ich glaube, das heißt... Wie heißt denn das nochmal? Wie heißt denn der Chemistry Style, der Pass und Dribbling macht? Artist, genau, Artist wollte ich ihm geben. Wir haben ihn sogar noch einmal. Genau, Pass und Dribbling und ich... Ey, der wird so eine Waffe... Also wenn er sich so spielen lässt, mit seine Werte, vor allem seine Ingame-Werte als Anzeigen, muss da die absolute Waffe sein und werden. Das geht gar nicht anders. Schauen wir mal. So, das ist der erste Spieler, auf den ich mich mega freue. Und jetzt kommt der zweite und der macht es mir wieder relativ schwer, der zweite Spieler. Aber ich nehme ihn mal kurz für Gunnard... Also es ist ein Sechser. Jetzt weiß ich aber nicht, soll ich Tolisso rausnehmen oder soll ich Gunnard Lons rausnehmen? Aber ehrlich gesagt, seitdem ich Tolisso mit Shadow spiele, gefällt er mir ziemlich gut. Arbeitet auch nach vorne gut mit, nach hinten ist er gefährlich. Und Gunnard Lons ist gar nicht aufgefallen in meinen Augen. Also ich habe ihn gar nicht mehr gemerkt. Deswegen werde ich erstmal Gunnard Lons rauskicken. Und ja, welcher Spieler wird denn das wohl sein? Wir haben Second-Inform Verratti verkauft, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann kommt vielleicht mal die dritte Inform und ich brauche so die Kohle. Und was ist passiert, nicht mal eine Woche, also nicht mal eine Woche, nachdem ich das gesagt habe, ich verkaufe lieber mal Second-Inform Verratti, ist die drittere Inform rausgekommen. Als wenn ich es geahnt hätte. Ich habe meinen Second-Inform Verratti für 93.000 gekauft und konnte ihn für 165.000 verkaufen. Ich habe also schön Gewinn gemacht. Und nicht mal sieben Tage später, nicht mal eine Woche später, kam halt ohne Scheiß die Third-Inform, die dritte Inform von Verratti raus, wodurch die zweite Inform, die ich noch für 165.000 verkauft habe, gesunken ist auf 105.000. Also da habe ich genau im richtigen Moment verkauft. Und ich musste ihm jetzt natürlich die dritte Inform kaufen, auch wenn die sehr teuer war. Wo ist sie denn? Ist der etwa ein ZM? Könnte sein, dass er ein ZM ist, Moment. Ja, ist der ZM, alles klar. Musste mir die kaufen, weil die Second-Inform, also die Inform war schon geil. Die Second-Inform war schon geil. Und ich habe die Second-Inform ja schon mit einem weinenden Auge verkauft, weil ich dachte, ah, vielleicht passt neben Poliso besser Gonalons. Und ich halt wusste, ich kann die Karte damit richtig fett Gewinn verkaufen. So, jetzt, die Third-Inform, die ist natürlich noch mal besser. Guckt euch diese kranken Werte an. Er hat jetzt schon ein relativ solides Tempo mit 72 für einen Sechser, logischerweise. Wenn man sich überlegt, wo er angefangen hat. Irgendwo bei, ich weiß nicht, 65 oder so. Ich weiß nicht mehr, was seine ursprünglichen Werte waren. 93 Dribbling. Sein Schusswert ist wieder um 5 geboostet worden. Die vorletzte, die Inform, hatte 60 Aufschuss. Die Second-Inform hatte 65, ist um 5 geboostet worden. Und jetzt die dritte Inform hat 70. Und er bekommt langsam interessante Distanzschusswerte. Ich glaube, sein Distanzschuss liegt hier bei 76. Und seine Schusskraft bei 80 oder sowas. Er hat halt nur noch einen miserablen Abschlusswert von 53 oder irgendwas. Aber das ist scheißegal. Hauptsache, sein Distanzschuss wird ein bisschen besser. Und dass der für uns jetzt schon mega viele Tore gemacht hat, wissen wir ja. So, dann wird er jetzt auch langsam zum richtigen Abwehr-Biest mit 86 Defense. Ich glaube, auf der ersten Inform stand noch 80 drauf, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt hat er schon 86, hat richtig viel Ausdauer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er liegt noch nicht bei 99. Ach ja, ich glaube, die Pay hat, glaube ich, 99 Ausdauer. Fähren wir gerade ein. 78 Füße ist und ja, also er wird halt ein richtig geiler Spieler. Er hat unglaubliche Passwerte logischerweise bei 90 Pass auf der Karte stehen. Und ich habe jetzt auch keine Scheu, ihn neben Dolizo zu spielen. Scheiß drauf. Weil beide sind, also vor allem rate ich es auch nach hinten richtig, richtig stark. Nach vorn können beide spielen. Ich werde jetzt einfach mal das so stehen lassen, wie ich es momentan in den Spieleanweisungen drinstehen habe. Nämlich, dass er hinten bleibt bei Angriffen. Er wird sowieso teilweise vorgehen. Das liegt einfach daran, dass er auch hohe Arbeitsraten im Angriff hat. Aber so bleibt er hinten, der ja Zweikampfstärker ist, der halt mega krasse Pässe aus der Tiefe spielen kann. Und Dolizo geht ein bisschen mit vor. Der hat halt auch einen besseren Abschluss und sowas. Ich denke, das macht Sinn. Jetzt gucken wir nur noch mal schnell, ob wir die Seite so stehen lassen wollen. Rechtsfuß, 4 auf den Schwachen. Rechtsfuß, 3 auf den Schwachen. Nee, das passt dann so. Ja, also ich freue mich mega auf die beiden Spieler, wen wir als drittes haben. Das sind Bundesligaspieler. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also wenn wir mit der Bundesliga spielen. Jetzt machen wir erstmal zwei Spiele mit der Liga A. Und damit sich der eine Spieler aus der Bundesliga noch regeneriert, den ich momentan spiele, lasse ich ihn erstmal drin. Ja, das war es eigentlich schon. Zur ganzen Info. Was ist eigentlich mit Traxler? Achso, jetzt haben wir ja wieder 100 Spiele. Ich glaube, drei Spiele müssen wir jetzt mindestens abziehen. Waren es drei, waren es sogar noch mehr. Es könnten sogar mittlerweile vier sein. Ach Gott. Egal, wir wissen, dass Traxler sich geil anfühlt. Wir brauchen da keine Scorer-Werte angucken. Das ist einfach ein geiler Spieler. Genau wie Falcao. Die Frage ist jetzt... Ach, Moment mal. Ich muss natürlich erstmal Verratti noch einen Champions-Style geben. Auch wenn er mittlerweile ein Tick schneller ist. Er braucht einfach... Er braucht einfach trotzdem Shadow. Und ich habe auch glücklicherweise Shadow einmal bekommen. Damit er einfach schneller ist und halt, ja, das Abwehr-Biest ist, für das ich ihn halte. Und er bekommt jetzt schon auf 9 Chemie. Aber wenn wir ihm halt den Modifikator geben, der, glaube ich, eh nicht teuer ist, dann bekommt er halt auf 10 Chemie. Und bekommt seinen kompletten Pace-Boost. Das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Also ein Sieg wäre richtig geil. Dann bräuchten wir aus den letzten drei Spielen nur noch zwei Punkte. Also ein Sieg, aber erstmal den hier einfahren. Ach ja, ein Verratti ist ja dann gekostet 190.000. Also so langsam aber sicher werden unsere Teams halt echt unglaublich teuer. Ich meine, Tolisso ziemlich teuer, vor allem für den 83er. Ach du Gott. Liegt das an mir? Ich lade doch nicht etwas runter, oder? Hm, aber so ein roter Latenzbalken etc. Das spricht eigentlich eher für einen Download bei mir. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich lade doch nichts mehr runter. Also wenn es jetzt wieder so ist, dann werde ich die Aufnahme hier abbrechen. Und aber dann noch ein Spiel ranschneiden. Und zwei Aufnahmen zusammenfügen. Also dann würde ich noch mal gucken, ob es an mir liegt. Ne, grüne Latenz. Ich wollte schon sagen, weil wenn man rote Latenz hat und es an einem selber liegt, dann muss halt eigentlich alles im Menü verzögert sein. Das war es ja nicht. So. 2016, da ich hoffe mal, kein Abbrecher. Kein Abbrecher, aber jemand mit einem sehr starken Team. De Heer, Modric, Aguero, Griezmann. Griezmann als ZOM, Griezmann als ZOM, mit Hunter? Sollte der nicht irgendwie noch ein bisschen Pass geboost bekommen oder so? Und ist Griezmann nicht eigentlich schon schnell genug? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was die anderen von Champions League Zeit haben. Aber egal. Komm, wir wollen dominieren, wir wollen gewinnen. Konzentriert spielen. Und ich bin auf Verratti und Deepay gespannt. Also auf Deepay eigentlich sogar noch ein Tick mehr als auf Verratti. Weil bei Verratti bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der einfach entsprechend abgehen wird. Aber bei Deepay weiß ich nicht, ob ich mit dem schwachen Fuß klarkommen werde. Wieder dieser Benni, der diesmal als Impfung wird eigentlich so oft gespielt. Ich habe es geahnt, dass er jetzt schießen wird. Ich wollte es zustellen, aber es war zu spät. Ich weiß nicht, also klar, ich muss näher am Mann sein, aber hat man ja gesehen, da stehen drei Mann um ihn herum. Ich weiß nicht, ob ich alles steuern kann. Das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Ein sehr ungünstiges, ekliges, schnelles Tor, das sollte man verhindern. Aber wie gesagt, war natürlich auch wieder ein Sonntagsschuss. Da war schon wieder Lack dabei. So ein Ding macht man halt nicht jedes Mal. Und vielleicht machen wir ja auch so ein Ding. Mit Tolisso zum Beispiel. Ich glaube, das war das erste Tor von Tolisso. Bam! Und ich wollte fast schon mehr in der Flanke sagen, jetzt knallt es. Aber in FIFA 17 ist es nicht mehr so. Also da hat man häufiger mal das Gefühl nach Ecken, jetzt knallt es und dann knallt es halt nicht. Aber Tolisso köpft sich glücklicherweise wirklich perfekt in die Ecke. Also mir war irgendwie klar, dass Tolisso zum Kopfball kommt, weil er relativ frei stand. Aber man sieht es halt auch oft genug, dann köpfen die drüber oder genau in den Torhüter rein, deswegen. Aber es ist erstmal ein sehr, sehr, sehr geiler, schneller Ausgleich. Das gefällt mir schon mal. So muss das sein. War natürlich auch ein Lackertor, weil... Nach einer Ecke macht man einfach... Ach ja, stimmt, da heißt er Memphis. Hat auch einen geilen Namen, finde ich. Memphis, die Pay. Weil eigentlich auch versuchen, eher auf Falcao dazu rückzulegen, aber es hat nicht geklappt. Sehr schön von... Ich weiß nicht, wer es war. Abseits? Ich sehe mal genau richtig. Oh, fuck. Schlechte Ballannahme von Merati, ein bisschen merkwürdig für ihn. Hat natürlich geile Ballkontrollwerte und alles. Also bei ihm funktioniert eigentlich alles mit dem Ball. Da ist Memphis das erste Mal im Ball. Ich weiß nicht, ob ich ihn lieber Memphis nennen will oder die Pay. Ich mag beide Namen. Aber irgendwie Memphis klingt, glaube ich, vertrauter, weil es Vorname ist. Ist halt, wir sind aber per Du, logischerweise, im Trainerstab und... Macht er gut. Im Trainerstab und mit meinen Spielern, dann bin ich natürlich per Du. Und da kann ich ihn Memphis nennen, wenn ich möchte. Macht er leider gut. Was ist ja, er macht er leider gut. Es macht er auch gut, der Absatz war halt nicht so gut. Haben wir ja da durchsteckt. Dann habe ich überhaupt nicht... Also ich hätte gedacht, dass er das Schacht in der durchgesteckt hat. Er hat die... Größer gewonnen ist er natürlich nicht. Boah, der Makinio ist noch krass abgefecht, aber er spielt leider gut, der Gegner. Er spielt ziemlich gut. Och, auf jeden Fall. War natürlich nicht der Plan, er war schon gedrückt. Das war das Problem. Mal auf Memphis. Da geht überhaupt nicht ran. Super passive... ...Defense-Strategie. Muss ich ein bisschen straffer aufziehen. Aber ansonsten haben wir wieder gesehen, wer Radin macht schöne Distanzschutz. Schwacher Abschluss, richtig schwacher Abschluss. Eieieiei, das war kein Foul, oder was? Oh, ich dachte, der war da drin, ey. Krass, aus dem Winkel. Wir hatten halt vorher auch schon wieder den Ball, das ist ja ärgerlich. Schlecht mitgenommen. Ja, Eigentor. Lucky Eigentor. Und wer macht die Vorlage? Memphis. Und wer macht mehr oder weniger das halbe Zaubertor? Aber schönes Lackertor wieder von Falcao. Aber am geilsten fand ich vor allem, dass Memphis den Pass mit dem schwachen Linken zu Falcao bringt. Das war erstmal gut. Dass dann Falcao den zu rein stümpert, ist ja egal. Aber Hauptsache der Pass kommt erstmal. Und dann als Eigentor vom Toler gewertet. Interessant. Ah, dann haben wir das Spiel erstmal gedreht. Sehr schön. Ich denke, Memphis könnte funktionieren, obwohl er diesen schwachen Fuß da hat. Boah, hat die Maria schon keine Ausdauer mehr oder was? Was geht denn los? Tolisso, da hättest du den Ball ruhig mal holen können. Abseits. Okay, das läuft doch ganz gut. Also so richtig verdient kommt mir das nicht vor mit dem 2-1. Ich glaube, ein Unentschieden wäre ja schon deutlich verdienter gewesen. Aber man ist halt seines Glückes eigener Schmied. Und ich glaube, wir haben gut geschmiedet. Schön mitgenommen von die Maria. Jetzt hat er auch noch Ausdauer. Könnte sich ein bisschen erholen in der Halbzeit. Boah, schöner Schuss von Falcao. Schwierig auch in der Situation. Natürlich eine gute Parade von daher. Oh, den hat man doch eigentlich schon. Dann macht er wieder den Fehler und legt vor. Die machen so viele den Fehler. Echt merkt man nicht. Oh, den hat er noch fast zu mir gespielt. Schau da. Oh, mit einer Grätsche oder was? Sehr geil von Verratti gemacht. Einfach nur... Mega geil. Fuck! Schöner Pass von Falcao. Und er kriegt ihn nicht reingespielt. Äh, angenommen. Sorry. Okay. 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 Jetzt habe ich mir selbst zuzuschreiben, das Tor. Ich hätte nicht grätschen sollen. Warum habe ich nicht grätscht? War so dumm, die Grätsche. Und Grätsche war einfach richtig, richtig dumm. Ja, dieses Unentschieden habe ich, wie gesagt, mir selbst zuzuschreiben. Leider. Spielerisch, denke ich, haben wir uns die Führung jetzt mittlerweile verdient gehabt. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich dann halt so übermütig da reingrätsche, habe ich die Führung ganz leichtsinnig verschenkt. Vielleicht schaffen wir es ja noch, den Ausgleich zu holen. Oh, das war komplett beigespielt. Okay, das war jetzt reingekrätscht. Ach, das ärgert mich echt, dass ich diese scheiß Grätsche da gemacht habe. Boah, krass gemacht. Boah, das heißt wieder, aber wieder mal so ein scheiß Lackerding, wo das der Ball dann direkt zum Gegner richtigen Torhüter geht. Boah, krass gemacht. 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 Oh, die Payt. Hättest direkt im ersten Spiel ein Tor machen können. Fuck. Auri. Hier machen wir den zweiten Kopfballtreffer in einem Spiel. Ach du Scheiße. Das kommt so selten vor. Ich hättest doch immer mit Di Maria nehmen sollen als Flankengeber. Kaum ist Val Buena weg, machen wir hier mit Di Maria die doppelte Vorlage, was Flanken angeht. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Also ich finde es trotzdem verdient, dass wir gewinnen. Sollten wir jetzt gewinnen, aber über zwei Ecken-Tore, das ist natürlich lucky, ey. Sehr geil. Einfach nur geil. Das war doch wieder kein Foul. Schön gemacht für den Zitibis und Glück zählt er das nicht als Foul. Also das war halt auch eindeutig Ball gespielt. Au. So, wenn wir das gewinnen sollten, dann brauchen wir nur noch einen Sieg für den Titel. Das wäre natürlich geil. 57.000 Coins kann ich gut gebrauchen. Das heißt, es wird eigentlich kein Konter mehr geben können. Da kommt echt noch gefährlich mit einem schwachen Rechten oder was? Ei, ei, ei. Das war's. Ja, nice. Zweimal das Spiel gedreht. Ne, einmal gedreht. Und zweimal in Führung gegangen. Tore. Tolisso mit seinem ersten, soweit ich weiß. Und auch je. Ja, das andere war ja ein Eigentor. Vorlagen die Maria. Zweimal. Und wie gesagt, die Pay ist so eine halbe, aber so eine unsichtbare quasi. Sehr geil. Nice, 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 nice. Das heißt, wir brauchen noch zwei Punkte aus den drei verbleibenden Spielen. Das ist natürlich eine sehr, sehr komfortable Situation für uns. Ich finde auch ein cooles Jubelbild. Das heißt, wenn wir die Pay dann den Treffer schießen, dann können wir den Salutieren-Jubel machen. Also ich gehe mal auf den Aus, dass er salutieren soll und er jetzt nicht in die Ferne schaut oder so. Die Pay. Also es ist salutieren, oder? Wobei, es könnte auch in die Ferne schauen sein. Gut, Tolisso. Ja, es war das erste Tor. Noch keine Vorlage gehabt in den ersten zehn Spielen. Hm, das ist eigentlich mit Benta-Letter, wollte ich auch noch mal schauen. Was, wir haben schon 55 Spiele mit ihm gemacht mittlerweile? Ach du Scheiße. Okay. Also wahrscheinlich können wir fünf mindestens abziehen oder noch mehr. Aber elf Scorer-Punkte als sechs ist natürlich gut. Und die Maria hat gerade wieder zwei gemacht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.